So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Theoretisch suchen wir immer noch einen Weg zum zur Nordmine. Faktisch habe ich mittlerweile aufgegeben. Es ist, äh, ich... Also wir haben jetzt hier uns verschiedene Höhlen-Systeme in Hebra geöffnet und so. Aber keine von den Höhlen führt zu irgendeinem unterirdischen Miasma-Loch und... Ja. Habe ich jetzt hier in dieser Höhle... Ah, ich habe den Typ noch nicht gefunden. Scheiße. Wo, 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 wo wird der denn wieder rumgurken? Bin ich hier überhaupt reingekommen und wie komme ich wieder raus? Äh... Ah, hier, hier war der Eingang. Ausgang. Wie auch immer. Okay, das ist ja gar nicht mal so einfach, hier wieder rauszukommen. Dann gucke ich jetzt mich nochmal genauer, um ob ich nicht hier was übersehen habe. Und dann gehen wir nochmal an den Eingang. Aber ich habe halt den Mayumi noch nicht. Aber hier ist er nicht, ne? Nee. Nee. Also jetzt habe ich aber ganz genau hier geguckt. Also die Dinger gehen ja auch nicht kaputt, ne? Das wäre jetzt kurz. Nee, das ist einfach fest. Das ist richtig, richtig festes Zeug. Habt's noch einen anderen Eingang? Einen anderen Weg irgendwo gegeben. Wo der Mayumi rumfliegen könnte. Oh, äh, lol. Da oben ist eine Krockplatte. Ah, alles klar. Dann haben wir Mayumi und Krockplatte. Sehr schön. Ah, das ist hier. Okay, Moment. Dann war da noch ein anderer Eingang. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder war das hier der Mayumi-Eingang? Ne, ah, hier war der Mayumi drin. Okay, dann gab es keinen anderen Eingang. Dann war das da drüben nur, nur die andere Fläche. Ja, 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 okay, okay, kein anderer Eingang. Alles gut. Okay. Dann haben wir den Krock gerade noch gesehen. Zack. Nice. So. Leuchten jetzt noch die Höhlen? Ne, ich glaube, jetzt leuchtet wirklich nichts mehr. Ach, dann liegt es daran, dass es, wenn es Tag wird, dass es nicht mehr leuchtet. Oder wie sehe ich das? Ne, jetzt leuchtet gar nichts mehr. Da unten ist noch ein Bobblenfeuer. Das interessiert mich herzlich wenig. Ja, also von der Richtung her war das wahrscheinlich dann die Höhle, die mir diese Lichter gezeigt haben. Okay. Boah, ja, jetzt... Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo noch was sein könnte. Oh je. Es ist aber auch... Es ist aber auch schwierig. Aber wir haben jetzt einen Schrein hier hoch. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Mehr Schreine bedeutet mehr Bewegungsfreiheit. Oder so. Die hat den selben gesucht, ne? Ach ja, das war die Geschichte. Okay, zwei Fahnen. Da. Lol, habe ich das nicht schon mal gesucht und bin damals hier gerade runter, weil ich einfach dumm bin. Okay, wenn ich von hier aus ein Rauchsignal sende, könnte ich vielleicht zumindest diese Quest erledigen. Sende, sehe. Ich wollte sehe sagen. Ja, da unten ist das Rauchsignal. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Dann haben wir zumindest die Quest jetzt mal erledigt. Ei, ei, ei. Schwere Geburt. Das habe ich damals gesucht. Oh Mann, ich bin so doof. Das habe ich damals nicht gefunden. Ach, Mann. Weil ich das mit den Fahnen nicht ordentlich gelesen habe, scheinbar. Ja, okay. Du sag mal, hast du vielleicht eine Hylianerin am Selmy getroffen? Ah, du hast von Rassel gehört, was passiert ist. Was Samys Verschwinden angeht, sind wir beide ratlos. Okay. Spurne den Bereich ganz plötzlich auf und konnte ich sie nirgends finden. An einem Ort, an dem sie das Signal nicht sieht. Was? In diesem Bereich hören die Schildschlitterspuren ganz plötzlich auf, aber ich konnte sie nirgends finden. Okay. Hier ist ne Höhle. Dann ist sie wohl da drin. Jo. Ähm, aber, also jetzt Entschuldigung. Wenn sie da drinne... Moment mal. Moment mal. Wenn sie jetzt da drinne ist, dann würde ich gerne wissen, wie sie durch die Steine gekommen ist. Außer sie erzählt jetzt, dass es eingestürzt, nachdem sie da durch ist oder so. Keine Ahnung. Das muss sie dann erzählen. Ansonsten ist es brutal unlogisch, wenn sie einfach sagt, oh, ich bin in die Höhle hier gelaufen. So. Das kann dann ja nicht sein. Also das kann dann ja wirklich nicht sein. Die muss jetzt... Die muss jetzt erzählen, dass die Höhle eingestürzt ist. Wenn die was anderes erzählt, ist es brutaler Fade. Oho. Ich hatte schon nicht mehr geglaubt, dass jemand hierher kommt. Ich bin Selmy. Oh je, ich habe mit meinen beiden Schülern große Saison gehört, weil ich nicht zurückgekommen bin. Der Schneesturm war vorbei, so bin ich auf der Suche nach einer Piste rumgestimmt bis zu dieser Höhle. Als ich die Höhle betrat, verließ mich leider mein Glück. In der Mitte war der Weg versperrt und ich konnte auch nicht mehr hinaus. Aus der Richtung des Eingangs hörte ich dann, wie Felsen einstürzen. Alles klar. Gut, danke. Doch, der Weg ist offen. Hä, der Weg ist offen. Der Weg ist literally offen. Ja, okay, sie kann da nicht hochklettern. Ja, okay, ich gucke mich ja schon um. Oh nein, wir kommen durch diese Eiszapfen niemals durch. Okay, das ist scheinbar nur der Majoi-Raum. Wenn das nur der Majoi-Raum ist, muss es noch einen anderen Weg geben. Äh, okay. Jetzt bin ich aber heilfroh, dass ich die damals noch nicht gefunden habe, weil ich damals ja gar nicht hier meinen Koronen dabei hatte. Ah, hier, 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 Logo. Weil ich ja damals gar nicht meinen Koronen dabei hatte. So, das ist ja so viel angenehmer, so diese Sachen aufzumachen. Also, das ist definitiv der erste, den man sich holen sollte. Wobei er den schwereren Boss hat. Also man muss erst ein bisschen, muss man schon trainieren. Sonst wird das nix. So, ja, hallo, der Weg ist offen. Was ist denn jetzt mit dir? Kommst du? Oh, die Felsen, die den Weg versperrt haben, sind zerbröckelt und ich fühle den frischen Wind von draußen. Dank dir kann ich wieder unter freiem Himmel still schlittern gehen. Ich schulde dir wirklich was. Leider habe ich gerade nichts dabei, aber... Wenn du möchtest, komm zu meiner Berghütte. Ja, das machen wir. Ja, ich... Ich weiß, wo die ist. Und jetzt ist sie einfach gegangen. Geht sie jetzt hier einfach sofort wieder raus, oder was? Also jetzt bin ich gespannt, welchen Weg sie genommen hat, weil das ist genau der Weg, den sie gehen konnte. Einen anderen gibt's nicht. Führt es einfach nur nach draußen, ja? Das ist ein langer Weg, aber scheinbar führt er wirklich einfach nach draußen. Ja, okay, der führt wirklich einfach nur raus. Gut, dann konnte sie diesen Weg tatsächlich auch gehen. Faszinierend. Okay. Das macht leider meine Geschichte hier nicht einfacher. Mit dem, was ich suche. Ich hab, ich, 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 ich fürchte, es gibt einen anderen Weg. Es muss einen anderen Weg geben. So, das, das ist... Das haut einfach alles nicht hin. Jetzt haben wir schon so viele Höhlen geöffnet. Das sind jetzt diese ganzen... Also jetzt habe ich alle Lichter wahrscheinlich... Holy shit, das ist... Das sind so viele Höhlen. Aber jetzt habe ich immer den Teleporter zu der, zu der Hütte. Das ist auch wichtig. Das ist auch brutal wichtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war nicht der Teleporter zu der Hütte. Boah, es ist... Alter. Junge, 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 Junge. Okay, dann holen wir uns jetzt mal unsere Belohnung ab für alle Geretteten. Und erst mal Holz. Oh, ich hab dich schon erwartet. Danke, dass du hergekommen bist. Du hast also unsere Lehren gerettet. Dafür schulden wir dir was. Ich bin so froh, dass es unsere Lehren gut geht. Danke auch von mir. Was aus mir geworden wäre, wenn du mich nicht gerettet hättest, in der Höhle zu schlittern, war großartig. Aber das werde ich sicher erst einmal sein lassen. Nimmst du das als Dank von mir an? Deine Schildtasche ist ein voll zu sein. Räume bitte auf, damit ich einen ganz besonderen Schild gebe. Okay, die gibt mir nen Schild. Okay, dann macht halt der Schild jetzt mal einen Abflug. Wow, wow. Okay. Das Schild schlittert nochmal was mit Missionen und einfach so Spaß schlittert. Ja, ist doch... Weiß ich doch. Ich will mit... Okay, let's go. Schild schlittert. Gut. Nein, ich kenn mich aus. Zu einer großen Brücke. Unter ihr habe ich das Ziel erreicht, okay. immer geradeaus, okay. Immer geradeaus, okay. In unter 50 Sekunden, okay. Nein, ich brauche eine Waffe, mit der ich ein Schild auch benutzen kann. Ich brauche ein normales Schwert, mit dem ich das Schild nutzen kann. Schwierig. Ja, okay. Ja, okay, damit geht's. Mein Gott. Wie ging das nochmal? Schild heben, ich springen, aufsteigen. Ich bin ein Schild heben, zwei springen. Ach, ah, ist auch. Ich bin einem Pflaume. Ja, let's go. Gut, dass schon 30 Sekunden rum sind, bis ich aufgestiegen bin. Ei, ei, ei. Ist das die Brücke? Ist das das Ziel? Nein. Schade. 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 Gott, war das schlecht. Aber egal. Machen wir gleich nochmal. Müssen wir ja. Ah, das ist die Brücke, okay. Ja, das war kompletter Fail. Ich komme, um dich abzuholen, als ob sie da jetzt runterläuft und wieder hochläuft. Ja, mach mal nochmal. Ja, ihr braucht mich nicht belehren, ich wollte nur nicht, ich konnte nur nicht aufsteigen. Mann. Ja, ich konnte nur nicht aufsteigen, alles gut. Wenn man halt immer die falsche Taste drückt, dann geht das halt. So ein Ding ist das. Also. So. Oh, es ist aber vielleicht ganz schön knapp bei den 50. Ja, es ist schon nicht so einfach bemessen. So. Ja, Rana, die Expertenstrecke. Oh, Junge, warum wisst ihr mich still? Ich hab doch ein Schild. Welchen Schild schmeißen wir jetzt noch raus? Ja, komm, dann tschüss, Zora-Schild. Okay. Ja. Elegante Linkskurve. Danach immer geradeaus, okay. 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 Geht keine Risiken ein, ja. Alles klar. Aber welche Zeit muss ich jetzt schaffen? Hab's ja nicht gesagt. Und ich hab's ja nicht gesagt. So, und da kommt jetzt die Brücke. Irgendwann kommt jetzt eine Linkskurve. Da kommt jetzt mal ein Viech weg mit dir. Ich halte mich schon mal links. Ja, hier ist die elegante Linkskurve scheinbar. Nee. Hier will ich... Ähm... Bin ich noch richtig? Ich hab nicht das Gefühl, dass ich hier noch... Dass ich hier noch auf der Strecke bin. Ja. Kann ich das irgendwie abbrechen? Hallo? Ich bin etwas vom Weg abgekommen. Äh... Keine Ahnung, wo ich links gemusst hätte. Oh. Nee, doch, hä? Ah, danke. Hä, ist das jetzt das Ziel gewesen, oder was? Das ist das Ziel und ich bin dran vorbei? Willst du mich komplett verarschen? Oh. Das ist das Ziel und ich bin dran vorbei? Ich hätte so eine viel bessere Zeit gehabt. Schild der Winde. Aber jetzt krieg ich ja wieder keins. Muss ich ja wieder ein Schild ablegen. Die macht mich fertig. Die will immer nur... Die will immer nur meine Schilde hier... Ja, Bruder. Hey, da war das einfach da unten das Ziel. Aber wo hätte ich denn da eine Linkskurve? Ich bin doch immer geradeaus eigentlich. Ah. Oh. Ja. Also so ein Quatsch. Also so ein Quatsch. Ich dachte, ich bin da völlig falsch. Und dann ist da einfach das Ende. Also so ein Quatsch. Gut. Mach mal. Ich dachte, ich bin doch tatsächlich gerne. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wo steht eigentlich jetzt der andere? Der müsste doch auch noch mal noch kommen. Ähm. Okay. So, diesmal fahre ich aber direkt zu dem... Ich wusste ja nicht, dass das das Ziel ist. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Oh man. Oh man. So. Schneller wird's nicht. Ich habe ihre Zeit geschlagen. Ja okay, dann ist es schon die Zeit, die spieltechnisch die schnellere... Also die... Was man erreichen sollte. Kennst du was als Platz an der Strecke? Du findest ihn von hier aus etwas den Hang hinunter. Verlässt du dort die Strecke nach links und durchquerst die Schlucht, erreichst du die Höhle, in der ich festsaß. Ja. Danke. Meine langjährige Erfahrung entschuldigt mir das an dem anderen Ende der Höhle sicherlich. Hä? Aber ich bin die Höhle doch auch zu Ende gegangen. Toll. Nein. Alter, ich... Du musst nur dranbleiben. Ich habe ihre Zeit geschlagen, aber ich muss nur dranbleiben. Ist schon recht. Und jetzt kann man hier Schilde... Bruder, ich kann... Ich kann für 20 Rubine mir ein Schild verdienen. Durch richtiges und gutes Schildschlettern. Und er verkauft einfach für 300 Rubinen den Schild. Stabil. Okay. Ja, aber... Was... Was wollt sie... Also... Was wollt sie mir jetzt wieder mit der Höhle, in der ich festsaß, stelle? Ich weiß doch, wo du festgesessen hast. Also... Wait, wo ist jetzt... Der Weg, den wir runtergefahren sind? Ich bin doch hier irgendwo runtergeschlittert. Hey, wo bin ich denn runtergeschlittert? Wo sind die Fahnen hier? Ah, dann bin ich hier runtergeschlittert. Ja, 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 ja. Aber was wollt sie mir denn jetzt da wieder für einen Tipp mit der Höhle geben? Like, ich... Ich war doch drin. Ich bin doch durchgelaufen. Am anderen Ende war doch nix. Äh, die macht mich komplett fällig. Ich bin doch nicht. Gehen mir denn auf den Nerv. Aber was man sagen muss, also die Höhlen sind wirklich... ...wirklich krass gut versteckt. Da gibt's überhaupt keine... Keine, keine anderen Geschichten zu erzählen. Die Höhlen sind einfach krass gut versteckt. Aber ich nehme an, die meint jetzt einfach, wie man zu diesem Maiui kommt, ne? So, das ist... Das wissen wir ja auch schon, dass da einer ist. Logischerweise. Ah, also es ärgert mich, dass wir nicht diese scheiß Mine finden. Wir haben jetzt so viel anderes Zeug gemacht. Aber die Mine haben wir nicht gefunden. Und eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, in der Aufnahme... ...jetzt Gerudo anzugehen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Weil ich dann halt die Hoffnung hatte, dass wir die Koga-Geschichte zu Ende bekommen. Aber das war leider ein Irrtum. Ein brutaler Irrtum. Ja, machst du nix, ne? Machst du nix? Aber gut, dann haben wir die... Dann haben wir dann... Mein Gott. Damit haben wir dann die Schildschlitter-Geschichte auch beendet. Ist ja auch schon, dass die Quest weg ist. Nützt mir zwar jetzt erstmal nix, aber hey. Aber hey. Es ist, wie's ist. So, ich wollte jetzt nur... ...noch die Crocs nachholen. Die ich damals verbummelt hab. Das war doch hier am Ende von diesem See-Teich-Whatever-Dings. Das müsste ich doch jetzt finden. Das müsste ich doch jetzt... Ja, da oben drauf war das, ne? Da kriechen wir einmal gerade hier hoch. Und dann können wir da rüberfliegen. Ah, ne, hier war's gar nicht. Nevermind. Noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Oh, hier ist schon der Flugplatz. Äh, dann bin ich jetzt zu weit. Oh, hier ist's. Ah. Ja, sage mal, wo war das denn? Da unten. Jetzt habe ich dich. So, und da müssen wir auch ein Dach bauen. Ich hätte es mir denken können, weil hier Baumaterialien sind, aber ich habe mich rechtzeitig geschaltet. Och Mann, lass sie doch einfach ansetzen. Okay, das haut noch nicht so ganz hin. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Was? What the fuck? So. 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 Das reicht, sehr schön. Okay. Damit haben wir den Kollegen auch noch nachgeholt. Prima. Gut. Jetzt würde ich mir gerne den Hebrasee einmal in Ruhe anschauen. Ja. Das kann man von hier aus machen. Und den Adebarsee vielleicht erst. Machen wir erst den Adebarsee. Machen wir erst den Adebarsee. Oh ne, mir haut es gerade wieder. Das Headset aus dem Ohr raus. Ja. Letzte Position. Ja doch, das ist hier. Genau. Na, also wir sind uns insoweit einig, dass hier die Mine ist. Und das ist hier. Ich muss irgendwie hier drunter kommen, drauf kommen, keine Ahnung. Irgendwie muss da ein Eingang sein. Wo ich den herbekomme? Keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, es gibt irgendwo eine Höhle in der Nähe. Oder irgendein... Verste... Also ich weiß... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Irgendeinen versteckten Weg. Sodass man halt da hinkommt. Wie gesagt, keine Ahnung. Ja toll, das ist... Weiß ich jetzt schon, dass ich untergehen werde. Da kann ich jetzt schwimmen, wohin ich will. Da gehe ich unter. Das war's. Ich komme hier aus dem Wasser jetzt nicht mehr raus. So. Großartig. Also... Schwimmen in Zelda ist auch so... Probiert einfach. Weil du hast hier nichts, kriegst hier keine Möglichkeit aus dem Wasser zu kommen. Ja. Hätten wir uns auch sparen können die Zeit. Okay. Okay. Was ist das? Wieso hört es denn in der Luft einfach auf? Was ist das für komisches Wasser, das in der Luft einfach aufhört? Ja. Uh. Ruh. Håcle. Ja, komm ich gut hin jetzt auf jeden Fall. Okay, Croc-Gätze. Machen wir gerade mal. Ah. Verstanden. Warte, jetzt zeigt das Wasser, jetzt kommt das Wasser weiter runter. Willst du mich veralbern? Wehe, du haust wieder ab. Rein da. So, Archipel von Nord-Trabanta. Das ist nicht ganz, wo wir hinwollten. Wir wollten eigentlich nach Hebra. Ah ja, ich bin eigentlich, ja, eigentlich bin ich nicht mehr in Hebra unterwegs. Aber andererseits ist halt hier die Mine. Vermutlicherweise. Wir wissen es ja nicht mal sicher. In jedem Fall will ich meine Kleidung wieder wechseln. Ah, hier. Okay, hier sind Feen. Sehr gut. Noch eine Feen, ne, ne? Okay. Maxi-Barsch. Super. Oh, die ist weg. Ja, die habe ich nicht gesehen. Zu spät. Okay. Wir gucken weiter. Denn hier gibt es auf jeden Fall wieder was Schönes zu holen. Aber wir sind schon länger und ich bin zu einem Wagen gefahren. Auch mal wieder schön. So, was fliegt hier noch rum? Muss ich mir selber einen Ventilator holen oder liegen hier welche? Das wäre das erste Mal, dass ich Wagen holen müsste. Ah, okay. Oh. Kein Ventilator. Besser. Viel besser. Geht das mit Wild? Das wird sehr wild gleich. Gucken wir mal. Ui. Scheiße. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das hat jetzt gar nicht gut funktioniert. Äh, wo ist der Wasserfall da drüben? Ja. Okay. Das war nicht so effektiv. Aber warum ist das jetzt so komplett schief? Also was, was habe ich denn falsch gemacht? Mit der einen Rakete gereicht. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, geil. Dann wird es wohl mal Zeit für einen Ventilator. Wir haben den Rad. Der hat mir den Rad. Ja. Let's go. So, oh hart, was? Oh, dang it. Okay. Ich habe jetzt keine Arcaden mehr, noch. Doch. Okay, das muss jetzt aber funktionieren. Sonst habe ich ein Problem. Aber wenn ich den jetzt auch verkacke, dann war es das. Ah, der sieht es nicht gut. Der sieht es nicht gut. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir da ankommen, wo wir ankommen wollen. Ich bin skeptisch, aber wir probieren es. Okay, sieht gut aus. Zumindest meine Truhe bekomme ich schon mal. Yes, damit habe ich gerechnet. Wunderbar. Okay. Okay. Das ist doch schon mal was. So. Jetzt ist aber das Problem, dass wir Raketen und... Also wir haben alles jetzt abgegeben. Den anderen Weg können wir damit jetzt unmöglich noch nutzen. Okay. So. 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 so, und... Aqui. Wo Ziel... Wo? Was ist das gedachte Ziel von diesem Ding hier? Hier sind so viele Inseln in der Luft Was ist das gedachte Ziel von diesem Erlebnis? Man weiß es nicht so genau Aber ich hab halt eh keine Raketen mehr, mit denen ich das testen kann Alles weg Es sind nur noch zwei Zwei solche Teile da Die reißen jetzt nicht gerade rum Mit denen kann ich zwar loslegen, aber das war's dann auch Was anderes ist hier nicht Na ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen Joa, das ist sehr... ja, perfekt Okay, egal Ähm Ich denke, damit können wir feststellen, dass an diesem See gar nichts Spannendes ist Was ist das? Was ist das? Kalfenberg Da sind diese Dinger Und das werden, glaube ich, keine Eingänge in Dings sein Das sieht nicht so aus Da ist ne Hüfe Was ist da jetzt zum Feuer? Wird da irgendjemand was mitteilen? War das schon immer da? Ähm Erstens, wo starte ich jetzt? Oh lol, hier starte ich wieder Okay Sind jetzt alle Sachen wieder da? Oh mein Gott, let's go Oh Oh, wir sind Sind wir über eine Stunde schon wieder? Okay Wir müssen gleich aufhören Hallo Warum uns schnützt der einfach weg? Okay So, aber wie setze ich jetzt die Raketen davon an, dass die auch so abgehen, wie sie sollen? Besser an der Seite, oder? Okay Dann wissen wir jetzt ja, wie wir das resetten können, wenn es schief geht, einfach irgendwo ertrinken Ohne vorher zwischendurch gelandet zu sein Sehr gut Ja, dann gucken wir mal, was passiert Und wo soll mich das jetzt hinbringen? Also das ist trotzdem alles überhaupt nicht hoch genug für irgendeine Aktion Weiß ich jetzt ja nicht Weiß ich jetzt ja nicht, was das sollte Aber hey, wir wissen, wo wir hinwollen Was ich ausprobieren möchte, das wissen wir Dann geht's Ja, dann geht's Was ich sicher? Du bist Du bist Das ist Du bist Du bist Du bist Du bist So, was ist denn jetzt hier für ein Kollege? Hallo. Ah, du bist Slink. Wir haben uns nicht mehr gesehen, seit wir uns am Abgru... Abgrund? Ist der wegen einem Abgrund hier? Willst du mich jetzt... Willst du mich jetzt hops nehmen? Josch hat mir aufgelacht, die Umgebung des Dorfs nach der... Okay? Okay? Willst du mir jetzt am Ende meiner Aufnahmesession noch den Zeig... Also... Ah. Einen richtigen Abgrund? Ich... Ich beendige. Oh. Okay, das Feuer... War dafür da, dass man da hinfindet. Okay. Okay, mir ist alles egal. Wir machen jetzt eine XXL... In der XXXXL-Folge. Nein, kletter da hoch. Nein. Link, bitte. Wir machen jetzt eine... Ist mir scheißegal. Ich mach jetzt noch Coca. Es ist mir so scheißegal. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch... Also das darf doch nicht... Also das ist doch... Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Seit... Was weiß ich wieviel folgen. Suchen wir... Das. Und es war die ganze Zeit einfach unterm Ornidorf. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Ich fass es nicht. Ich bin... Praktisch... Fassungslos. Ja, das war der einzige Weg hier rein. Es ist unfassbar. Das ist wirklich komplett alles eingesperrt hier. Das ist wirklich... Alter. Oh, das ist jetzt hier noch mehr Arena als sonst. Ja, ja. Oh, guck mal. Da oben die Wege. Okay. Na ja, wir müssen uns erst im Koga kümmern. Wo chillt er denn? Ach, hier. Habe ich den eigentlich schon mal fotografiert? Tatsächlich noch nicht. Na dann. Okay. Essen. Einmal ordentliche Heilung. Ja, hier perfekt. Zack. Rein damit. Dann ordentliche Waffe. Dann let's go. Ich habe auf dich gewartet. Es ist vollbracht. Wir haben genug Sonor-Energie-Kristalle. Also nun. Unsere ultimative Waffe. Das Geschenk für den Dämonenkönig. Frisch reaktiviert. Frisch reaktiviert. Ein denkwürdiger Tag. Er wird als Tag der Reaktivierung der ultimativen Waffe in die Geschichte eingehen. Und als Tag, an dem das Ende der Welt begann. Sieh nur. Ist diese Waffe nicht wunderschön? Dieses unbesiegbare Sonor-Konstrukt? Freu dich, Link. Du darfst als Testablin draufgehen. Welch unverdiente Ehre. Danach mache ich mich auf den Weg. Zu den tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule, wo der Dämonenkönig sein soll. Dorthin, wo das Ende beginnt. Zu Schloss Hyruls Untergrund. Also, hol mich doch, wenn du kannst. Jetzt ist dein Ende gekommen. Alles klar, Gucker. Ich habe noch vergessen, vernünftige Kleidung anzuziehen. Fällt mir gerade auf. So. So. Und da. Optimale Beinschutz. Ja, das war perfekt. Okay, was kannst du denn so? Uiuiuiuiui. Okay, da macht es sobald ich hier auf dem Schild. Ah ne, ich fände ihn einfach sehr gut. Okay. Nice. Alles klar. Alles klar. Ich muss einfach nur schnell schießen. Dann kann der Ding gar nix. Aber die halten alle nix mehr aus. Hier die Waffe. Was ist das denn? Ah, scheiße. Treffer. Gut, die anderen mit rein. Nein, der ist so im Himmlisch. Okay, ich brauche nur einen Bogen. Das trifft nicht. Habt mir gedacht. Okay, wie krieg ich den Schildkasten da unten weg? Kann ich hier irgendwie auch Stutter nehmen? Nee. Nee. Okay, ich kann die Dinger auch nehmen. Okay. Das hat jetzt auch nicht so viel geplappt. Ah. Okay, wie krieg ich dich da auf? Okay. Oh, mein Gott. Was ist die Taktik gegen... Ach, warte. Wahrscheinlich parieren, oder? Das, was ich immer am wenigsten kann. Was ist die Taktik? Ich versuche jetzt einfach mal, das Viech anzugreifen, vielleicht ist das ja einfacher, als man denkt. Ah, okay. Ja, das war einfacher, als ich dachte. Okay, ja, dann einfach drauf. Dann einfach drauf. Ich glaube, das klappt noch nicht. Mehr essen? Ah, okay, Kretze. Gut. Tschüss. Okay, die letzte Phase war ein bisschen... Musste erst mal drauf kommen, aber alles machbar. Oh nein, meine Waffe. Ich hätte nie gedacht, dass sie endlich so aussehen würde. Das war gemein. Was soll ich ihm denn jetzt darbieten? Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Jetzt hast du's geschafft. Ich mache ernst. Meine brandneue, hier unten erfundene Geheimtechnik machte den Garaus. Nee! Aha, erzählst du schon? Das ist die super einzigartige und mega-espezifische Kuga-Rakete. War schön mit dir. Pim! Alles klar. Oh, hat zwei Truhen gleich. Kugas finstere Pläne. Geschafft. Boah. Dass wir den jetzt noch gefunden haben, ne? Oh, Meister. Ich will so gleich an deiner Seite sein. Bitte gedulde dich einen Augenblick. Du hast den Eindring in die Flucht geschlagen. Dafür danke ich dir sehr. Ich habe mir den Kampf aus der Nähe angesehen, deshalb ist für mich klar. So wie es ihm ergangen ist, wird er sich in weiteren verlassenen Bergwerkstrollen Stollen nicht mehr blicken lassen. Solltest du nach Stollen wie diesem suchen, hätte ich einen Rat für dich. Suche stets dort, wo sich auf der Oberfläche markante Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. So kurios es auch klingt, es scheinen etlich Verbindungen zwischen Oberfläche und Untergrund zu bestehen. Wenn dich so etwas auch interessiert, Meister, solltest du deinem Rat befolgen. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst. Mein Artgenosse da drüber, ja, Baublein. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal alles noch. Mach mal alles gleich noch. Noice. Noice. Okay, ja. So, was bringst du mir bei? Raketenabschussrampe. Okay. Alles klar. So. Ich bin gleich bei dir. Wir machen erstmal gerade ihn hier an. Und dann probieren wir mal die Raketenabschussrampe aus. Sehr interessant, I guess. Ja. Funktioniert. Okay, hier sind wieder so ein paar Kristalle drauf. Okay, wo führt das jetzt hin? Also, hier ist eine Truhe. Noice. Aber soll ich jetzt den Weg hier hoch gehen? Oder führt der Weg einfach nur hier runter? Oder, oder, oder was? Was ist hier Phase? Was ist hier Phase? Da unten ist noch was. Da unten ist noch was. Aber hier ist, glaube ich, also hier ist weiter oben, ist hier nichts mehr. Das ist einfach nur... Ja, da ist halt dieses Ding jetzt gelandet. Okay. Den Kollegen können wir uns gerne noch mitnehmen. Ach, das ist von Koga sein Gefährt wahrscheinlich. Ja, oder zumindest irgendwas derartiges. Okay, die Frage ist jetzt, ist hier unten noch irgendwas Spannendes. Sonst würde ich jetzt tatsächlich endlich final den Part beenden. Wir haben es noch gefunden. Ich kann diese Aufnahme noch versöhnlich beenden. Es ist ja unfassbar. Es ist ja wirklich unfassbar. Äh, aber das, also das war jetzt schon, ne? Das war jetzt schon eine Nummer. Wenn ich bedenke, wie lange ich dieses Ding gesucht habe, was ich alles für Wege verprobiert habe und, und, äh. Oh, da ist, okay, da ist noch Irrlicht. Das typische Irrlicht holen wir uns natürlich noch. Oh, hier liegen noch Pfeilerupfer. Nehme ich gerne wieder mit. So, dann gehen wir noch den typischen Weg hier hoch. Ja, aber also man sieht's, hier gäb's keinen anderen Weg rein. Man muss, man muss diesen geheimen Eingang finden. Aber man findet ihn, weil das Spiel einem schon so ein bisschen natürlich hilft. Dadurch, dass es da eben die, die Dinger aufmacht. Die, das, das Feuer anzeigt und so, na. Das hilft dann schon ziemlich stark sogar. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Ich glaube, jetzt können wir abhauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine lange Aufnahme-Session. Es ist immer noch der, naja, es ist mittlerweile nicht mehr der zwölfte, aber es ist noch die gleiche Aufnahme-Session. Ähm. Ich sollte schlafen gehen. Oh, ich geh mal, ich guck noch kurz hier hinten hin. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Boah. Krass, dass wir das noch gefunden haben. Ja. Hier gab es keinen anderen Weg rein. Krass, dass wir das noch gefunden haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.